Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege mit dem SachsenFair. Hallo. Liquid Dakt. Quack quack. Ich sag mal Dakt, Liquid Dakt. Ja, ich weiß. Ich weiß so ein Show. Der Freezy. Hallo. Und... War der? Wer war der noch? Ach, Dalu. Dalu war noch. A fight! Count me in! Der Dalu ist auch dabei. Yes! Bin ich dabei, ne, bei nem Kampf. Ohne Scheiß. Und Sachsen. Ihr sagt beide immer The Liquid Dakt. Aber da steht kein T hinter dem Dakt. Ja, ich weiß. Ne Dakt ist ja auch ne Leitung oder sowas, ne? Ne, Dakt zählt so. Liquid... Ich sag einfach mal Quack quack jetzt. Hallo meine Lieben. Jawohl, Dagi. Diese Emotionen, ey. Das ist ja... Dagi, ja. Oh man. Ja. Hört sich Garage an, ist Garage. Garage ist on the Stisse. Wuuuuh. Party hard. Corona hat eine Bombe lokalisiert. Oh, schon wieder Bombe, Alter. Jetzt wär krass. Ja, ja. Bombe kommt hausen. Bombe kommt hier nur. Machen wir trotzdem Garage. Aufspringen einfach. Einfach rein, Wolli. Ich hab Fuse. Wenn ihr mich kurz einfach mal... Haben wir Jessica? Ne, haben wir nicht. Wer ist Jessica? Fletcher. Ach so. Wegen Jessica Fletcher. Das ist ja genauso wie Randy mit Kevin Tino. Gab's da nicht einen Schauspieler? Ne, ich wende Tarantino. Das ist genau so. Also Garage einfach rein. Ja, versuchen. Aber kann sein, dass es gemutet ist. So, ja. Das ist verstärkte Wand, da kommst du in die Schauspieler. Das ist gemutet. Scheiße. Oh, wie ist der weggeflogen? Ich hab's auf Bann. Leider nicht, ich hab's nicht mal gesehen, ey. Oh, krass. Randy, das kannst du nicht machen. Das geht alles, wie du siehst. Ist das heftig. Oh. Sorry, Leute. Du kannst, du könntest den Jammer... Achtung, Fenster oben. Adelzimmer oder wohnzimmer? Hier. Okay, wir könnten, wenn einer rechts durch die Tür gucken würde, kann er den Jammer kaputt machen, der links vor der Garage liegt. Das würdest du ja sehen. Ja. Dann kannst du den ganz links weg machen. Traut dir einer, hier ist wieder ein Fenster? Ganz oben, ganz oben. Ich fahr mit ner Drohne mal eben rein. Ja Soll Hast du gut gemacht also Ja hab ich gut geworfen Ok die eine sitzt direkt hinter der Wand Also wenn man da reingucken würde, würde man die sehen Kannst du aufmachen Fisi Ne Achtung Fisi, direkt links ist ein Gegner Links hinter den Regalen, also ungefähr hier hinter Ja Ist jetzt rechte Seite Kann einer jetzt den Jammer dann machen Du musst ja nur von rechts ganz Reingucken, sollte nicht Fisi machen Weil wenn er stirbt das Ende Mach du Martino, wenn ich sterbe Was soll ich machen, links den Jammer weg? Update das war Frost Du gehst so nah wie möglich rechts an die Wand Und guckst dann zur Garage da runter Jammer weg Ja ok jetzt kann man links sprengen So das war der Plan Ganz links Ganz linke Tür für dich Ganz links ja Gleich knallt Er ist wirklich weg Eine Stunde später Wir haben schon drei gekillt, also läuft doch gut Ja aber es ist langweilig da draußen Oh Leute, ich muss ja vielleicht zur Seite gehen Manus geh mal rechts an die Wand und schicken eine Drohne mal rein Gucken ob in der Garage noch einer ist Drohne aktiviert Ich hab die Tür Die Linke Hier liegt einer und stinkt Hier ganz hinten am Boot ist einer, also die zweite Tür Die noch nicht immer aufgesprengt haben Die rechts daneben die große Tür In der Garage Ja in der Garage Ja hinterm Auto Perfekt Ja genau, genau, genau Dann noch einer beim Schild Der ist jetzt beim Schild Den hab ich Ok Leute, ihr wisst Bescheid Hey mein Mann Geht hin hin Warte ich guck mal drüben zur Bombe Ja der letzte kommt grad rumgesneakt Warte den hol ich mir Lass den mir Lass den mir Ich will diesmal auch nen Kill Lass den mir Dalu Der Schaber muss zurückgeholt werden Bist du ein Pisser ey ohne Mist Ey ohne Scheiß an Ey das ist so Entschuldigung Ey ohne Mist Guck mal wie er da weggeknickt ist Die Runde mach ich gar nix ja Ich mach keine Runde Och komm Den hast du gut gemacht doch War Wir haben eine geile Runde von dir Die Calls waren on point Aber ich konnte dir doch nicht zulassen Dass du mit dem Diffuser zum Gegner rennst Du hattest den Diffuser Du warst richtig in dem Raum Ne Gut dass das mal einer sieht auch in der Öffentlichkeit Die hier gespielt wird Unter welchen Mitteln Da wärst du weggenatzt Da wärst du einfach weggenatzt Von Gegner ein Ne Ab hoch mit dem Tschüss Du hattest den Diffuser Ich musste die Mission sicherstellen Das war ein 100% Ding dass ich den hole Ich wusste wo der kommt Ich musste die Mission sichern Ach Und es war wichtig Es war wichtig Dass der Diffuser in der Garage bleibt Ich sag einfach dazu nichts Mach hier meine Wand hin Stell hier meine Ich hätte aber gerne aus deiner Sicht gesehen Meine Nets auf Ja Achso ne warte ich Wenn es da überhaupt ne Sicht gab Da gab es keine Sicht Ich bin einfach umgefallen Direkt schwarz Einfach Pumps weg Da Könnt ihr hier noch die Wände verstärken? Wie sinds? Wo? Hier 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 Warte ich nehm die nochmal ab Aua Aua Manus wieder Oh ey Nimm die Waffe weg Junge Manus Dann ist die Brust Sag mal Gibt's ja Ja hier ist noch offen Westen und sowas haben wir nicht Brauchen wir nicht Warte die Wand nicht zu machen mit der Freezy Welche? Die hier Hallo Soll ich hier zu machen? Die Große Ja dann ist aber keiner Ja doch das reicht das passt das geht Mach zu Ok Die Tür hier kann auch einer zu machen Oder wollt ihr die offen lassen? Irgendeiner hat ein Jägerding zerstört Die Die Das große Doppelfenster geht auf Störsender wird aktiviert Ja das ist bei dir Freezy Ey hier ist nix Bring da was an Da Ah ok das andere große Doppelfenster Boah ich hab nur 14 AP Wo 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 Ich glaub Sniper sitzt draußen Ja 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 wie immer Das große Doppelfenster ist auf Was ballert ihr hier? Also die schmalen Ich hab hier den ganzen Aber das siehst du nicht Das blend wie so Die könnte oben auf dem Dach sein Ich wees das halt nicht Ich kann da leider grad nichts machen Das ist n AP Was ich versuchen könnte Ich könnte zu dir rein Freezy Und du schießt mir mit der Pistole in den Fuß Ok Wir wissen wo ich bin Ich glaub einer ist drin Ne der ist hier auf dem Dach Im Fuß? Die wollen nach B Leute Der ist aufheben Dann hab ich mich bei uns Wenn die deck mal hinter uns Das Fenster was da offen war Danke Jo Hier ist was aufgegangen bei uns Im Raum Das ist das große Fenster Einer ist in meine Bärenfalle gerannt Oh ja Den da Ja jetzt bin ich tot wegen dem großen Fenster Also die sind da Drei stücke oder so in meinem Raum Und da ist auch die Bombe Zwei in meiner Bärenfalle In dem Raum bei dem Krankenhinter sind wir liegen Zwei Leute in der Bärenfalle Ich muss mal hier raus Aber pass auf dass nicht rechts Dings steht Äh Randy Äh Äh Einer müsste bei euch aus dem großen Wohnzimmerfenster rausgehen Und rechts rein gehen Da ist er Im Schlafzimmer sind auch zwei Ojo Ich hab auch da IQ noch jemand Bist der letzte Ja schön Geht der bitte nicht ins Sichtfeld rein Verstehe ich nicht Was hast du vor? Da rein Ich hab kein Draht Manus pass auf Leck mich Ist echt so siehst du den Laser nicht? Ach jetzt kann der von rechts oder wie? Hey wo war denn der? Ach oben Warum wart ihr zu zweit in dem großen Schlafzimmer? Das war im Bad Achso das war Ne wir waren nicht drauf Wir waren bei der Bombe Das war ja wohl gar nichts War im Bad Diese Runde wird alles besser Ich hab null Kills dank Dalu Sowieso hättest du es auch vorher gehabt Ich hab dir ja keinen abgezogen Ne Aber du hast mir einen geklaut Du hattest die Bombe Ich hatte die Bombe? Den Diffuser In der ersten Runde wo ich dich geteaket hatte Den Diffuser Hattest du den Diffuser Schon wieder Garage Ja ja selbe Aufstellung bestimmt wie gerade Ja selbe Setup auch wieder Ja dann selber Weg rein Oder? Ja ja Das Gute ist halt wenn du durch die Garage rein gehst Sparst du dir halt komplett alle Bären fallen Und Kapkan dreht ihm Ja Fünf Sekunden bis zum Einsatz Seid ihr aufgeregt? Nö Absolut nicht Absolut Casual Jetzt hier am Anfang mal aufpassen Okay ich hätte schon Werben können Ja Diesmal nächste Ach doch Einer muss gleich Wenn dann halt vielleicht mit der Drohne wieder checken Trotzdem den Jammer weg machen Ja Ich fahr mal fix Ne ich fahr Soll ich mit der Drohne mal reindüdeln? Ja wir müssen wissen ob einer hinter dem linken Garagentor ist Ja ich fahr mal rein Ja ich fahr mal rein Warte Der Mühe der stellt jetzt noch auf Du kannst dich wieder aufheben du Pfeife Jupp So warte jetzt neuer Versuch Ups Ähm Moment Guck ob einer links hinter dem Ding ist Keiner Links ist keiner Moment Ist in Sachsen und drehe ich da Einer wieder hinterm Auto Einer wieder hinterm Auto Einer in der Tür geradeaus Egal Jammer ganz links ist weg Nein noch einer Ich kann aufschießen Soll ich aufmachen? Mach Okay geht auf Pass auf machen wir es mit Hot So wie ich Ich hab wieder die Tür Wenn ihr euch rechts und links aufhaltet Pass auf rechts Auto Renni Nicht so viel Rush Mist Hat er wohl gut abgezogen gekriegt Der Mioot hat nur noch 50 AP Siehst du was? Wie weit kann ich noch nach links? Äh nicht viel Ich seh alles Ich seh alles ja Ich werd die Seite jetzt crossen Musst ja mal in die lange Richtung gucken Also hier geradeaus saß eben auch einer ne? Also jedenfalls wo ich mit der Drohne drin war Haltet mal so ein bisschen die Winkel Haltet mal so ein bisschen die Winkel Legg mir du hast die Tür links ne? Ja ja Der ist weg, Auto ist weg Da war auch noch weniger Da war auch noch weniger Ne Hä? Glaube nicht Doch Doch Da wechsle ich 5 Minuten lang die Position Und wer setzt sich dann wieder ins Bild Ich weiß warum ich den erschossen hab Also einer ist wieder beim Auto Fahr mal geradeaus rein da in den Raum Geradeaus Da war vorne Hier Pass auf Leg mit Da kann dir ja nichts passieren Seh ich nicht von mir Hinter der Wand Da kannst du eigentlich durchballern vielleicht sogar Seh ich aber von meiner Position aus nicht mehr Ich wechsle das Magazin Der ist schon tot Der ist schon tot Ja, aber da war ja noch einer Da steh der auch noch Ja, da ist noch einer rechts irgendwo Haben, haben, haben Ich hab Pulls Ich hab eigentlich gedacht, den hattet ihr am Auto, da liegt... Tür, Tür, Tür. Du hast die Tür noch, ja? Ich hab die Tür auch, ja. Jetzt wieder. Da ist ein kleines... Da sind aber Löcher in der Wand. Jaja, Cupgun hab ich. Okay, Freezy hat die Tür, gut. Ich bin nämlich... Wir haben rechts noch den Shotgun, Dude. Das hat nur noch Frost. Nur noch in der Wand. Überhaupt. Muss ja der am Auto sein. Vorsicht! Noch eine. Wo? Frost rechts, aber ich warte noch. Schön. Schön, 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 schön. Nice. Nice. So, jetzt müssen wir aber hier Verteidigung. Ne, da müsst ihr euch mal ein bisschen anstrengen. Mal hier mal... Ne? Hier runden, ist ja nicht normal. Ach, ich nehm jetzt hier, komm, ich nehm Rook, was solls. Ja, nimm mal wen anders hier. Rook ist gut. Rook ist gut. Rook ist gut. Rook ist echt gut. Ja, wirklich. Ich mag Rook. sie macht dort ja gar natascha natascha da hat er auch ein schild auf der fratze alter schwede die Bomben sichern Westen frische Westen die Verwärtsstöne die Wellcome-Maps die Verwärtsstöne haben eine Bombe und keine Stiftung die Verteidigung entsprechend klar so wo sind wir? der Geheirat 10 Sekunden der Willkommensmatte ein Bombe vom Gegner entdeckt ähm kein Mute, kein nix? ok Toll bin ich hier allein äh Füßi stopp nochmal zu machen hier so jetzt kannst du die zumachen kling an die schmeißen auf, bleiben die bei dir radeaus direkt radeaus durch, pass auf ja da wo wir auch immer aufmachen ja weiß nicht von wo der Sniper der, das Glas geht mir auf den Sack lol der hat aber einfach nur rundum mäßig geschossen der hat mich nicht gesehen Achtung Granate will er nen Bug nutzen? der Penner Fenster gegenüber mir auf da kommt einer rein, Tür jo 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 nice wir sind hier sitzt einer neben mir auf der anderen Seite der Wand Ich hab hier um die Ecke ne Falle gelegt, damit er reinläuft, ey! Dann fick ihn doch! Wo ist dieser Klaas? Der geht mir voll auf im Sack, Alter! Hast du's gesehen, sagst du? Ja, ja, ich war auf dich drauf. Richtig schön. Wie er da noch so rumhambelt, hilf mir. Das ist nur noch Klaas, ne? Der wird dir draußen noch aufm Auto hocken. Ich hab ein HP, ey, das geht gar nicht. Warte mal, ich guck mal in der Kamera, vielleicht ist da was. Der muss aufm Auto sein. Ich glaub nicht, dass er geswitcht ist. Nee, gar nix. So, pass auf, ich opfer mich, ja? Und einfach mal raus. Ich geh vor und guck, von wo aus... Ich geb jetzt wieder nen Headshot, wenn du hier rausredest. Da, direkt, da, da, du geh rum! C4 eingesetzt! Direkt vor dir. Ja, was hab ich wieder gesagt? Ich opfer mich! Ich hab mich wieder, nur für den Call, hab... Bin ich... Und dann macht das noch mit C4. Das ist jetzt echt nicht teuer. Ihr platzt! Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, war ne sehr coole Runde. Schaut bei den anderen vorbei, alles unter Videobeschreibung. Lasst da noch so einen光. Bis! Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, tschüss.